Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über bemerkenswerte Aussagen von Dirk Müller, die er in einem Interview getroffen hat. Wir haben dabei das Wichtigste für euch kurz und knapp zusammengefasst. Unter anderem spricht Mr. Dax darüber, warum wir seiner Meinung nach vor der schlimmsten Weltwirtschaftskrise der Geschichte stehen. Ebenfalls erklärt er, wie die USA versucht China den Stecker zu ziehen. Wenn ihr erfahren wollt, welche Aussagen Dirk Müller im Detail traf und auf was wir uns jetzt vorbereiten sollten, dann bleibt unbedingt dran. Seit Monaten machen die Währungshüter der amerikanischen Zentralbank in ihren Pressemitteilungen klar, massiv gegen die steigenden Preise vorgehen zu wollen. Erst kürzlich hat die Federal Reserve den Leitzins auf den höchsten Stand seit 22 Jahren angehoben. Mit einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte liegt er nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Und trotz abgekühlter Inflation ließ der Notenbankchef Jerome Powell die Tür für weitere Anhebungen offen. So sagte er die Fed werde alles Mögliche tun, um die Ziele der maximalen Beschäftigung und Preisstabilität zu erreichen. Ökonomen und Experten kritisieren jedoch, dass man so langsam das aktuelle Vorgehen der geldpolitischen Straffung überdenken müsse, um das Risiko erheblich negativer Auswirkungen auf die Wirtschaft zu reduzieren. ManagerMagazin.de schrieb hierzu. Zitat. Noch Anfang 2022 lag der für den Preis des Geldes entscheidende Satz in den USA nahe 0 Prozent. Nach der rasanten Erhöhung dürfte das Ende der Fahnenstange vorerst erreicht sein. Die Währungshüter strichen eine Passage aus ihrem Text, wonach eine gewisse zusätzliche geldpolitische Straffung angebracht sein könnte. Stattdessen wurde eine Formulierung gewählt, die die Tür für eine etwaige Straffung offen lässt, aber kein Signal dafür gibt. In den USA dürfte der Leitzinsgöpfel erreicht sein, so Ökonom Bastian Hepperle von der Haugaufhäuser Lampe Privatbank. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Der Börsenexperte Dirk Müller hingegen sieht dennoch einen ganz anderen Grund für das radikale Vorgehen der Federal Reserve. Müller denkt, dass die Fed mit ihrem aktuellen Vorgehen China daran hindern will, die USA als weltweite Supermacht zu überholen. Zumindest kann die Fed auch mit weiter steigenden Zinsen nur bedingt etwas gegen die Inflation anrichten. Denn ein großer Treiber der steigenden Preise sind die gestörten Lieferketten und das Energiechaos, und da sind die Zentralbanken nun einmal machtlos. Dirk Müller sagte im Detail hierzu folgendes. Zitat. Die US-Notenbank Fed ist ein gutes Stichwort, denn die USA will meiner Meinung nach China den Stecker ziehen, um deren Aufstieg zur Weltmacht zu stoppen und den Machtkampf für sich zu entscheiden. Das geht jetzt vielleicht noch auf diesem Weg, später nur noch militärisch. Um das Ziel strategisch zu erreichen sind hohe Zinsen ideal. Sie sorgen dafür, dass die chinesische Blase der ohnehin gerade die Luft knapp wird, vollends kollabiert. Genau diesen Schachzug erwarte ich seit geraumer Zeit, jetzt geschieht er. Zitat Ende. Schon seit langem ist das Großmachtstreben Chinas den Amerikanern ein Dorn im Auge. Auch Außenminister Anthony Blinken hatte in einer Grundsatzrede vor wenigen Monaten China als die langfristig größte Herausforderung für die internationale Ordnung bezeichnet. Die globale Ordnung müsse verteidigt werden, so die Worte des Chefdiplomaten. Und auch wegen des Konflikts um Taiwan, das China als Teil des eigenen Territoriums betrachtet, nehmen die Spannungen zwischen den USA und der Volksrepublik weiter zu. Denn die USA ist entschlossen die Inselrepublik im Notfall auch militärisch zu verteidigen. Experten bezeichnen den Taiwan-Konflikt als regelrechtes Pulverfass, seit Monaten heizt sich der Konflikt zwischen China und den USA um die Inselrepublik weiter auf. Darüber hinaus will China in den nächsten Jahren die globale Führungsposition nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch ausbauen. Staatschef Xi Jinping warnt daher vor allem die USA vor einer Konfrontation mit der Volksrepublik. Und auch Viktor Gao, Mediensprecher der Kommunistischen Partei Chinas, verdeutlichte in 2021 bereits den Kurs der chinesischen Staatsführung, als er folgendes sagte. Zitat. Wir wollen sicherstellen, dass Chinas Wachstum in den kommenden zehn Jahren das der USA und der EU übertreffen wird. Mitte des Jahrhunderts, also ungefähr im Jahr 2050, gehen wir davon aus, dass Chinas wirtschaftliche Gesamtleistung so groß sein wird wie die der USA und der EU zusammen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Dirk Müller erklärt, dass die extrem niedrigen Zinsen besonders in den USA dazu geführt hätten, dass Investoren sich Geld zu einem Prozent geliehen haben, um dann damit in China in Aktien, Immobilien und andere Assets zu investieren. Damit habe man dort den jahrelangen Boom der Volkswirtschaft überhaupt erst ermöglicht. Doch jetzt wo es wieder attraktive Zinsen in den USA gibt, würden die Investoren in großem Umfang Geld aus China abziehen und wieder in den USA anlegen. Eine ähnliche Situation habe es laut Mr. DAX schon Ende der 80er Jahre während der Japan-Krise gegeben. Damals hatten die Probleme der japanischen Wirtschaft massiv zugenommen. Ein starkes Aufblähen der Finanzmärkte und des Immobilienmarktes sowie ein heftiger Anstieg der Arbeitslosigkeit führte dazu, dass sich immer weniger Menschen Eigentum leisten konnten und daher teure Wohnungen mieten mussten. Darüber hinaus stieg die Staatsverschuldung dramatisch an und erreichte im Jahr 1988 bereits die Hälfte des Bruttosozialprodukts. Die Tilgung der Zinsen erforderte damals fast ein Fünftel der Staatsausgaben. Zugleich zögerte die Bank of Japan die Geldpolitik entsprechend der Entwicklung anzupassen. Während die Zentralbanken in den USA oder Deutschland seit 1987 bzw. 88 die Leitzinsen wieder anhoben, ging Japan diesen Schritt erst nach der Ernennung des neuen Directors Yasuki Mino im Jahr 1989. Von dem damaligen ökonomischen Desaster hat sich Japan bis heute nicht vollständig erholt. Für Dirk Müller steht zumindest fest, dass die USA ein ähnliches Szenario für China sehen will. Er fasste es wie folgt zusammen. Zitat China ist Japan in XXL. Niemand weiß wann im Reich der Mitte der Dominostein kippt, wann die USA von einer Mission Accomplished reden kann. Das kann noch dauern, aber sobald das für die USA absehbar ist, werden sie die Zinsen wieder schnell und massiv senken, um die eigene Wirtschaft so weit wie möglich zu schützen, wenn es in China und dadurch weltweit turbulent wird. Zitat Ende Wie lange die Fed tatsächlich die Zinsen noch weiter anheben wird, sei laut Dirk Müller aktuell nicht seriös abzuschätzen. Zugleich erläutert Dirk Müller im Interview, dass wir bald die größte Weltwirtschaftskrise der Geschichte sehen werden, da die höheren Zinsen massive Probleme für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte bedeuten. Und auch beim Aktienmarkt sieht er einen weiteren starken Abwärtsdruck, weil Anlagen in Zinsprodukten in den USA für Anleger im Vergleich zu Aktien nun wieder deutlich attraktiver werden. Bei der Frage, was Investoren denn nun machen sollten, betont Müller, dass man nur ein kurzes Zeitfenster hat, um billige Kurse ausnutzen zu können. Diese Chance gebe es vermutlich nur einmal in 100 Jahren. Aktuell empfiehlt Mr. Dax aber die Operation Dagobert anzuwenden, wie er es nennt. Er brachte es wie folgt auf den Punkt. Zitat Die Füße stillhalten und das Geld zusammen. Jetzt kein neues Auto kaufen, keine neuen Wintergarten bauen. Von der Bewertung der Aktien stehen wir jetzt schon besser da als die vergangenen sieben bis acht Jahre. Aber die Notenbanken auf beiden Seiten des Atlantiks sind auch anders drauf als in der jüngeren Vergangenheit. Zitat Ende. Und was denkt ihr? Liegt Dirk Müller mit seinen Einschätzungen richtig oder ist das alles Quatsch? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience